Und jetzt gibt es noch ein Lied, da brauchen wir euch als Kuh. Stabert Schwäbisch, ist Schwäbisch, Gospel. Das Lied heißt Oh Happy Day. Auf Schwäbisch Glücklich Tag. Und ich hoffe, dass habt ihr heute gehabt, habt ihr morgen. Und die meisten Tage in eurem Leben sind glücklich. Und wenn nicht, ändert was. Okay? Jetzt machen wir einmal Hände hier. Jetzt sind wir in der Gospelkirche in Neckar Krönig. Yeah! Come on, yeah, come on. Yeah! Yeah! All right, yeah. Mm-mm-mm. Can you feel it? Ah! Mm-hmm. Oh, a happy day. 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 When Jesus was. When Jesus was. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020